Ich fand's lustig. Ich denke mir mal, wenn man ein bisschen was getrunken hat, ist es bestimmt noch besser. Da ganz viel Licht an war und manchmal auch dunkel war. Es war echt cool. Was halt in Berlin einfach fehlt, ist das Miteinander. Jeder feiert so nebenher vor sich hin und dieses Gemeinschaftsgefühl ist verloren gegangen. Und die Teledisco ist genau die Lösung dafür, dass man jetzt einfach mit seinen fünf besten Freunden da reingeht und auf einmal miteinander ist, sich berührt und einfach sich auch anschaut. Oh, so cool! Oh, so cool! Oh, so cool! Okay. So cool! Oh, so cool! Oh, so cool! Untertitelung des ZDF, 2020